Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video mit meinem Bechtar. Heute sind wir in Forte 1 gegen 1 unterwegs. Und wie ihr seht, wir haben einen neuen Ort. Auf der Karte haben wir Retail Towers und Haunted Junction. Eine Mischung aus Haunted Hills und Junk Junctions. Ja Leute, auch Stiegenorten. Haunted Hills und Junk Junctions. Ja, ich kann Junk Junctions nicht aussprechen. Also eine Mischung aus Haunted Hills und Junk Junctions. Oder wie auch immer man das ausspricht. Bechtar, wo bist du gelandet? Retail Towers, weil ich dachte mir, du gehst wahrscheinlich in das erste Haus. Weil das coole ist jetzt, Bechtar, jetzt kann ich nicht sagen, wo bist du gelandet? Bist du da gelandet bei dem Haus? Sondern da kann ich jetzt sogar den Ort fragen, weil die Orte haben jetzt einen Namen, ist das coole. Bechtar, das ist jetzt das coole. Die Orte haben jetzt auch Namen. Ihr lässt mich mal in Ruhe. Da hat er viel gemacht. Genau so. Leute, da gibt es eigentlich noch eine Kiste, aber egal. Leute, das hat mich irgendwie eine Stunde gebraucht zum Bauen. Das war einfach so anstrengend. Na hoch! Bechtar, das ist illegal. Nö. Hey, bei mir ist das Dach weg. Ah ne, das ist das Neue. Leute, hier gibt es jetzt auch einen Basketballplatz. Das erinnert mich ja sogar was. In der Schule haben wir in Sport jetzt auch das Thema Basketball. Ich erinnere mich noch in der Grundschule, wo mal gesagt wurde, ja irgendwann ist das Thema Basketball. Jetzt aber noch nicht. Und dann kam das dann nie. Pisto! Ich darf auch mal. Nö. Ja Leute, das war immer nicht so gut. Leute, ganz ehrlich, würde ich sagen, guck mal hier. Hier sogar. Vielleicht hast du schon den Verkehrsunfall gesehen. Nee, warte. Guck mal hier. Da vorne. Guck, da vorne ist ein Verkehrsunfall. Oh, nee, hab ich nicht gesehen. Ja, man muss auch mal kleine Details machen. Ich dachte, das liebst du so sehr. Oh, war das knapp. Ach, Bächter. Upsi, da habe ich wohl aus Versehen die Maschinenpistole aufgenommen. Bächter. In Haunted Junctions ist übrigens auch noch eine Kiste. So. Leute, übrigens, wahrscheinlich, wenn ich das Video, also wenn das Video hochgeladen ist, bin ich wahrscheinlich in dem Moment gerade live. Ja Leute, wahrscheinlich, in dem Moment, wo das Video hochgeladen ist, bin ich wahrscheinlich schon live. 2 zu 2! 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 Oh Leute, die erste Runde ist ja eigentlich unentschieden. So hast du den Bob gekillt? Ja. Oh. Bächter, du machst dir die ganzen Möbel hier kaputt. Ja, mach ich immer. Geh Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde. So Leute, nächste Runde. Ich lande. Ich lande wieder in Haunted Junctions. Okay. Du gehst wieder zu Retail Towers. Ja. Guck mal Leute, hier habe ich mich ein bisschen, hier habe ich mich tatsächlich ein bisschen an mischter Biest inspirieren lassen. Da hat er ja auch schon mal sowas ähnliches wie da gemacht. Kack. Ja. Ja. Na, da gibt es mir auf den Knall. Kack. 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 Ich ruche die ganze Runde zu wollen. Kack. 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 Äh, oop. Nein, ist das Auto! Das war doch so schön. Da braucht man ja gar kein Training, da kann ich ja auch dich so bewegen. Das war doch so schön. Okay. Wie viele Kids hast du? Ich hatte jetzt zwei. Zwei. Zwei Kids. Also ich meine diese Runde. Also diese Runde zwei. Letzte Runde zwei. Letzte Runde zwei? Bechter, merkt ihr mal am besten für jedes weitere 1 gegen 1 Video immer alle insgesamt Kids von dir. Dann können wir mal gucken, wer am Ende gewonnen hat. Weil bisher hast du vier und ich sechs. Bechter, komm mal mit. Wir machen eine Rundtour mal durch die schöne Stadt. Hier haben wir natürlich den Verkehrsunfall. Den Verkehrsunfall haben wir hier. Haben wir hier den neuen Basketballplatz. Der ist neu auf jeden Fall. Und guck mal, da sind sogar Bänke hinter so einer Absicherung. Also wie so ein Zuschauer-Ding. Du warst glaube ich noch gar nicht in Haunted Junctions, oder? Wir haben hier eine Barrikade, wo man einmal durch kann. Hier rechts kannst du gucken. Hier links das Gigagebäude. Und hier rechts, das hier, da habe ich mich von MrBeast inspirieren lassen. Der hat ja auch mal so ein Video. Der hat ja auch mal so ein Video, wo er so irgendwas auf ein Auto fallen lässt. Ja. Bin ich da? Jo. Egal. Das war ja in der letzten Sekunde. Trotzdem habe ich verloren. Schade. Ich habe mehr Kills als du. Aber immerhin habe ich dich diesmal gekillt. Leute. Mit einem Kill voraus. Haben wir gewonnen. Ja Leute, ich habe es euch gefallen lassen. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ne. Wir sehen uns gleich im Livestream. Gut, das Video wird erst irgendwann mit einem Livestream hochgeladen werden. Ja, also schaut auf jeden Fall auch im Live vorbei. Ja, bis dann und tschüss.